Meine Freunde, euer Coach hier ist Cecil. Vielen Dank für die ganzen Glückwünsche. Ich kann natürlich wahrscheinlich heute nicht alles sehen, deswegen schreibt mir gerne hier rein. Und es läuft natürlich alles wieder richtig. Ich bin echt manchmal sehr, sehr verpeilt. Aber ich drehe nebenbei ein YouTube-Video, kommt dann wahrscheinlich morgen, übermorgen. Könnt ihr auf jeden Fall mal gucken, was sich so alles verdattelt, so im Alltag. Und was wollt ihr noch sagen? Achso, einige von euch haben schon zugeschlagen. 41% Rabatt heute, wegen meinem 41. Geburtstag. Man mag es kaum glauben. Ja, ich bin nicht mehr 23. Deswegen schlag unbedingt zu. Wir hören uns später nochmal, okay? Ich zeige dann später so ein bisschen, wo ich bin. Aber das meiste kommt im YouTube-Video. Okay, dreimal dürft ihr raten, welchen Bestandteil ich hiervon nicht esse. Dreimal dürft ihr raten. Neue Ecken in Dubai. Hier ist Dubai Creek. Hier war ich selber noch nicht. Krass, ich lebe schon zweieinhalb Jahre in Dubai und war hier noch nicht. Und hier ist auch eine Lagune, also die Lagune. Muss ich auch gleich gucken, war ich hier auch noch nicht. Und ja, da hinten ist der Bush Khalifa, seht ihr. Ja, und war wieder Action. Also einiges wieder nicht ganz so gelaufen, wie man es sich vorstellt. Aber das zeige ich euch hier im Video. Ja, meine Freunde, hier Dubai Creek. Echt schön. Guckt auf jeden Fall. Ich hoffe, dass ich es morgen hochlade, das Video. Und ich habe mir gedacht, was kann ich heute noch alles für euch tun? Und zwar später, um 20 Uhr, ich schicke euch noch den Link, geht das Webinar los. Ich habe es ja aufgezeichnet, dann könnt ihr euch da anmelden. Die Teilnehmerzahl ist, glaube ich, begrenzt bei Zoom. Deswegen müsst ihr euch unbedingt eintragen und auch teilnehmen. Und es ist so schön hier. Ich gehe gleich in die Lagune, dann ein bisschen Wellness machen. Heute hat schon alles nicht geklappt, so wie man es eigentlich wollte. Erkläre ich aber auch im Video. Und was gibt es noch? 41% Rabatt habt ihr schon. Ach ja, um 12 Uhr kriegt ihr nochmal 15% Rabatt auf alle Nahrungsergänzungen im Shop. Okay, 12 Uhr. Was soll ich noch alles verschenken, meine Freunde? Mein Ziel ist es, dass ihr da arbeiten könnt, wo ihr wollt. Und wenn ich Nachrichten dazu kriege, denn das ist die beste Erfüllung für mein Leben. Deswegen gebt ordentlich Gas. Cecil, was sind das für komische Schuhe? Da hast du ja noch Sticker dran vorne. Das geht ja gar nicht. Was ist denn da los? Das ist echt schön hier alles. In Dubai gibt es keine Pflanzen. Nur Hochhäuser. Das ist echt schön. Also wenn ihr hier in Dubai seid, dann kommt unbedingt mal her. Ja, das ist das Hyatt. Das Hyatt. In der Lagune. Echt schön. So, hier ist der Pool. Sieht echt schön aus. Jetzt gucke ich mal, wo die Lagune ist. Wo ist denn die Lagune? So, jetzt habe ich auch die Lagune gefunden. Oh, ist das krass. Ich glaube, da ist so ein Infinity Pool. Echt krass. Ich lebe zweieinhalb Jahre in Dubai. Da sind immer wieder neue Orte, die ich noch nicht kenne. Das ist unfassbar. Unfassbar. Heftig. Richtig geil. Und so ein Infinity Pool. Guck dir das an. Geil. So, das ist jetzt auf jeden Fall geil, meine Freundin. Hier ist Sand. Sand. Papier. Das Pool. So, jetzt gleich zur Massage. Und wollt ihr wissen, was da vorne ist? Ich frage mich ja mal beim Infinity Pool. Auch in Singapur. Ihr könnt euch erinnern. Da frage ich mich immer, was ist beim Infinity Pool dahinter? Also jetzt an der Kante. Gehen wir mal hin. Ach so, wisst ihr was? Ich verrate es hier gar nicht. Ich verrate es erst morgen im YouTube-Video. Edge, bitch. Ja, meine Freunde. Gleich habe ich eine Massage und dann später zum Essen. Und den Link zum Webinar, den schicke ich euch erst so circa in zwei Stunden. Und meldet euch unbedingt an. Es ist eine limitierte Teilnehmerzahl. Wenn ihr nicht dann reinkommt, dann müssen wir gucken, ob wir es irgendwann vielleicht nochmal machen. Aber wird eher schwierig. Mal schauen. Und ihr bekommt Bescheid. Ja, meine Freunde. Ich war nochmal in der Sauna. Warum, erzähle ich auch morgen im Video. Ich gucke unbedingt morgen das Video. Und ich muss noch einige von euch anschreiben. Ich weiß, ich gehe jetzt gleich was essen. Ein bisschen strammer Zeitplan. Aber ihr kriegt alle noch die versprochene Nachricht, die ich heute euch schicken wollte. Bei euch ist es ja noch früh. Zwei Uhr, okay? Wir sehen uns später. So, ab geht's zum Essen. Thank you. Thank you. So, jetzt wird gegessen im Namors. Kinder auf dem Weg. Gleich wird's laut. Und es ist echt schön hier direkt am Strand. Könnt ihr mal abchecken. Wenn ihr in Dubai seid, könnt ihr mal hier essen gehen. Ja, meine Freunde. Vielen Dank für die ganzen Glückwünsche. Es waren echt so viele. Unfassbar. Und ich freue mich da richtig drüber. Ja, genau. Und jetzt bin ich aber off. Also jetzt bin ich echt müde. Einige schiefgelaufen heute. Ein bisschen hin und her. Aber im Endeffekt war es doch sehr, sehr schön. Und ja. Das Webinar könnt ihr jetzt noch gucken. Ihr könnt euch jetzt noch anmelden. Es ist noch zwei Stunden da. Ihr kriegt auch keine E-Mail. Geschickt gar nichts. Ihr müsst nur eure E-Mail eintragen. Und seid sofort drin. Ihr könnt es jetzt noch angucken. Und ich glaube, es ist nur noch bis 0 Uhr deutsche Zeit da. Und dann ist es weg. Deswegen guckt jetzt nochmal rein. Und danach ist es leider weg. Okay. Also nutzt die Chance, unbedingt reinzugucken. Es geht ums Business-Prinzip. Also unbedingt Gas geben. Und ihr müsst im Matrix-Prinzip sein, um das Business-Prinzip buchen zu können. Daran denken immer. Und ja. Stellt mir eine richtig geile Frage für morgen. Und dann geht's morgen weiter. Gute Nacht, meine Freunde.